hallo meine lieben freunde da sind wir wieder zu einer neuen folge ebelsbach ja in der letzten folge haben am spät noch dem 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 otto seinen krempel weggebracht seine schafswolle und ich habe gesehen wir müssen unbedingt unsere felder spritzen das war am besten mit ihm hier dafür haben wir ihn oh ja aber laut, oh da muss ich, wo hört´s mal was? oi 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 viel zu laut hier so da fliegen euch ja die ohren weg so schon besser Der war aber schnell. Da hat irgendwas schief gelaufen. Der war aber fix jetzt. Ah, da ist er ja schon, der Bauernstein. Buddy joined your channel. Hallo Herr Bauernfeind. Hallo Herr Blume. Da ging es ja gerade ab, was? Ja, ähm. Dir hat sich irgendwas selbstständig gemacht. Ja, ich habe dabei ihren Wagen hier. Ja, ja, ich habe es schon gesehen. Ähm, ansonsten wollte ich Ihnen ihren Track mal wieder bringen. Ja, ich fahre mal gerade meinen Wagen weg, dann können Sie hier wieder raus. Ja, aber was kostet denn das Kaputte hier? Das muss ich ja bezahlen, nicht? Ja, das ist okay. Warten Sie mal, mein Handy vibriert gerade. Vibriert? Okay. Hallo Detlef. Nee du, heute Abend habe ich keine Zeit. Nee. Wir haben uns ja gestern gerade gesehen. Nee, Detlef. Nee, Detlef. Nee, Detlef. Heute nicht. Detlef, ich kann kaum laufen. Nee, komm, wir sehen uns morgen. Tschüss. Hallo? Rondevour geplatzt? Äh, ja, habe ich gerade abgesagt. Okay. Wunderbar. Nee, ich fahre dann zum Maurer, dann soll er da machen. Ich weiß nicht, was er kurz ist. Muss mal gucken. Ja, wo soll der hin? Den können Sie da stehen lassen. Der kann da stehen lassen. Das kann wohl gut. Den brauche ich eben. So, dann stand hier irgendwo mein Auto, nicht? Ja, hier in der Ecke. Den nehme ich dann mit. Ja. Gott sei Dank, nichts passiert. Ja, das ist gut. Gut, dann mache ich mich mal wieder vom Acker, nicht? Jo, alles klar. Hier, man sieht sich. Jo, bis denne. Tschüss. Auf Wiedersehen. So. So. Buddy left your channel. So, jetzt mal mal ein paar Felder spülen. Da hat er nen Date abgesagt. So, so. Der Herr Bauernfeind. So sieht's aus. Die Vögel zwitschern. Ich hoffe mal, dass mein Mund gerade auch kaputt geht hier. Irgendwie. So, es kräftigt Zeit. Hm. Da muss ich doch wirklich mal gucken. Tatsächlich, nicht geklappt. Na dann. Seht so komisch aus. Gut, gut. Ich hoffe mal, dass ich noch Spitzzeug genug da habe. Ich schreile meine Gäste an. Das war mit mir. Das war eine Ratsurspanne. Wir lassen uns das glückliches. Die Ratsurspanne ist bei uns im Rad. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, das ist mein neuer Trecker. Ich glaube, das ist mein neuer Trecker, der gerade abgebucht wurde. Ich bin selten, warum das hier noch nicht gewachsen ist. Ich glaube, das ist mein neuer Trecker. 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 Das ist mein neuer Trecker. Okay, das ist alles okay. 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 Ich habe Gott sei Dank letztes Mal noch das Geld verdient. Das sage ich mal, damit ich mir den neuen Schlepp auch kaufen kann. Ich habe Gott sei Dank. Ich habe Gott sei Dank. Ich habe Gott sei Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Irgendwie ruckelt das alles heute. Wir haben ja auch extremste Probleme außerhalb des RPs. Wir sind aber dann Test-Server ausgewischt, weil der andere... Tja, die Portal hat Full House. Da geht gar nichts. Ich denke mal wegen der Krise, die jetzt im Moment der Aufnahme halt ist. Wenn ihr das seht, ist das schon ein paar Tage rum. Ich hoffe mal, dass bis dahin die ganzen Krempeln mit ihrem scheiß Virus da sich erledigt hat. Da dann jetzt halt eben viele im Homeoffice sind und zu Hause sind und jetzt noch Wochenende dazu, ja, keiner darf raus. Das Test-Server ist wahrscheinlich alles überlastet. Und deshalb war auch eben der Juliose Starter, ich denke mal, das lag an unserem Test-Server. Dass sich alles eingespielt hat und hochgeladen und dies und das. So war das alles. Wie gesagt, ich hoffe, dass bis dahin alles erledigt ist. Aber sowas gab es wahrscheinlich noch nie und deshalb gibt es auch keine Prognose und wie lange das alles noch dauern wird. Deshalb weiß auch niemand, wie was passiert und wie lange das ist, glaube ich. Das ist im Moment wirklich unglaublich. Tja, irgendeiner hat hier verkehrte Knöpfe gedrückt, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Aber naja, lassen wir laufen. Da sind wir heute mal nicht so pingelig. Das sind ja auch keine Profis. Ich denke mal die jenigen Freunde, die uns schon länger zuschauen, die wissen auch, dass wir keine Profis sind und das auch alles ziemlich locker mit den Aufnahmen sehen. Und wie gesagt, wir wollen nur Spaß haben und Spaß soll es machen. So, da unser L.U. ja, nur noch kleine, ja, wichtige Aufgaben annimmt, müssen wir jetzt unseren Krempel selber machen. Bleib nicht aus. Dann ist das so. Wie schaut's aus. Ich fliegt ein wenig über die Ich fliegt ein wenig über die Über die Landschaft. Buddy, join your channel. Ja, servus. Blume, hallo. Guten Tag, war der hier. Ja, servus. Ähm. Alles klar bei dir? Ja. Du, ich hab mir einen neuen Trecker bestellt. Was hast du anbestellt? Überraschung. Was in die Knauwanne kommt? Ich drehe am Rad, ne, ich wollte jetzt, in den Tag jetzt meinen Mals häxeln. Ja. Ne? Ja. Und, ähm, gucke gerade hier wegen Wildschaden und so. Wegen Wildschaden, okay. Ja. Immer, da ist doch einer mit dem Fluch hier mitten durch mein Feld geflücht. Nee, oder? Ja, kann ich ja mal gucken. Kann ich ja mal gucken. Ich hab schon Bürgermeister angerufen. Okay. Das geht nicht, das ist hier. Wenn das so weitergeht, dann gibt's hier Krieg. Krieg, kennst du Krieg? Ja, Krieg, ja. Einmal quer durch 1 und Feld 47 durchgeflücht. Einmal quer durch. Warte, wie ein kleiner Flug oder ein großer? Kleiner, ich weiß nicht, 3, 4 Schaue oder so. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, ja. Ist da einer eingepennt. Aus welcher Richtung kam der Flug denn? Oben vom Schweinehof. Ja, dann kannst du ja ausrechnen, wer das war, oder? Ja, 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 ne? Na, das ist super. Ja, was meint denn unser Bürgermeister? Wir sind auf dem Weg. Aha. Ja, da bin ich immer gespannt. Ah, ich schon da. Ja, dann kannst du ja gleich mal vorbeikommen, ne? Ja, ich stelle mein Feld noch. Hier fertig sprechen, dann komm ich nachher mal gucken. Alles klar. Okay. Jo, mach's gut. Tschüss. Jo. Gut, mein lieben Freunde. Was da beim Ludwig passiert ist und wie das weitergeht beim Ludwig, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ein Abo wäre schick. Könnt gerne Kommentare drunter schreiben. Wie immer. Steht alles unter der Videobeschreibung. Im Teamspeak könnt ihr vorbeikommen. Facebook sind wir vertreten. Bis dahin will ich es sagen. Haut rein und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.